Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von finanzielle Freiheit dank Kryptowährungen und heute mal mit einem Video zum Thema Aktien statt zu Kryptowährungen. Ihr habt mich nämlich gefragt, Alex, wie sieht es aus, wenn man ganz neu in der Thematik ist, wo kann man sich denn mal anmelden, um Aktien zu handeln, wie machst du das und hast du da vielleicht den ein oder anderen Tipp für uns. Ich werde natürlich gleich im Anschluss an dieses Intro euch ein kleines How-To, also ein Step-by-Step-Tutorial zeigen, wie man sich anmeldet und zwar anhand des Beispiels von Trade Republic. Warum Trade Republic? Dass ich dieses Video nicht gesponsert, also ich bekomme weder Geld dafür, dass ich über die rede, noch in irgendeiner Form mit einem Affiliate-Link ausgestattet, dass ihr irgendwo raufklickt und ich daran verdiene. Also ihr sollt wissen, es geht hier nicht um finanzielle Reize oder Anreize, sondern es geht hier ganz einfach darum, dass es sehr einfach ist und vor allem für die Einsteiger von euch sehr günstig. Denn wenn wir das mal vergleichen mit einem eigentlichen Broker, dort zahlt man für jede Kauf- bzw. Verkauf-Order, also ihr gebt quasi eurem Broker den Auftrag, er soll für euch eine Aktie anschaffen oder loswerden, zahlt ihr jeweils 5 Euro. Das bedeutet, wenn ihr also jetzt vielleicht mit 50 Euro mal anfangen wollt und vielleicht nur mal die Mechaniken erlernen wollt, sind von den 50 Euro bereits bei dem ersten Kauf schon mal 5 Euro weg. Das heißt, ihr könnt lediglich für 45 Euro eine Aktie erwerben und wenn ihr die dann wieder verkauft, müsst ihr wieder 5 Euro zahlen, was es gerade für Einsteiger mit kleineren Budget sehr uninteressant macht. Daher die Alternative Trade Republic Nummer 1, die sind eine mobile App, allerdings auch nur eine mobile App, das heißt für die richtigen Full-Time-Trader eher nicht so optimal. Man kann hier also nicht die Charts auf die Bildschirme werfen und so weiter, sondern man müsste das alles separat machen. Hier haben wir wirklich eine App, mit der App kann man dann eben seinen ganzen, wie bei Blockfolio, seinen Depotbestand anschauen, man kann die Veränderungen sehen pro Tag, wie ihr das hier in der Animation seht und gleichzeitig hat man eben alles auf einen Blick. Der Vorteil aber daran ist, dadurch, dass sie natürlich wahrscheinlich deutlich weniger Infrastrukturkosten haben wie andere Anbieter, haben sie keine Provision auf die Orders. Das heißt, wenn ihr eine Aktie kauft oder auch verkauft, zahlt ihr darauf keine Gebühr im herkömmlichen Sinne. Ich habe für euch mal hier die Preisliste oder das Preis- und Leistungsverzeichnis herausgesucht. Ihr seht also, die Order-Provisionen sind erst einmal kostenfrei. Gleichzeitig kostenfrei ist auch der Sparplankauf, also wenn ihr jetzt sagt, du, neben Kryptowährungen, ich habe jetzt mir angewöhnt, jeden Monat ein paar Euros in Bitcoin zu legen, möchte ich jetzt auch jeden Monat ein paar Aktien kaufen. Oder ich möchte jeden Monat ein ETF kaufen, also quasi ein Fonds, der aus ganz vielen Aktien besteht. Dann kann man das machen und einen sogenannten Sparplan kaufen und wenn man diesen Sparplankauf macht, ist er ebenfalls kostenfrei. Es gibt da wohl die ein oder andere ETF als Ausnahme, aber über 300 an der Zahl sind es, die eben kostenfrei besparbar sind. Und das macht das Ganze natürlich mittel- bis langfristig sehr interessant. So könnt ihr denn eben, wenn ihr nicht gerade Daytrader seid, mal hin und wieder was kaufen, liegen lassen, beobachten und dann immer mal wieder nachkaufen und so einen Sparplan aufbauen. Ja, das wäre es eigentlich auch schon an dieser Stelle. Ich würde vorschlagen, wenn euch diese Art von Video gefällt und wenn ihr sagt, hey, ich hätte jetzt gerne aber nochmal ein umfangreicheres Tutorial von dir, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ansonsten hören wir uns zum Ende des Videos gleich nochmal und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim kleinen, aber feinen Tutorial. Ganz kurzer Disclaimer noch einmal, ich bin natürlich kein Anlageberater, ich bin kein Profi in dem Bereich, ich gebe euch einfach nur Tipps, wie ich das Ganze handle und umsetze und ich würde euch bitten, bevor ihr jetzt anfangt viel Geld zu verlieren, weil ihr auf irgendwelche wahllosen Aktien setzt, dass ihr euch wirklich intensiv mit Recherchen beschäftigt und euch vorher eben über Unternehmen oder Herangehensweisen, wie man Unternehmen unter die Lupe nimmt, anschaut und erst dann wirklich auf die Idee kommt, Aktien zu kaufen. Das wollte ich nur noch einmal loswerden und jetzt genug der warmen Worte, lasst uns starten. Ja, wir starten auf der Homepage von Trade Republic, am besten am Desktop-PC und dann geht ihr auf Depot eröffnen. Wenn ihr das gemacht habt, fragt ihr euch zunächst einmal in einem typischen Anmeldeprozess nach eurer Mobilfunknummer, die gebt ihr ein. Danach erhaltet ihr einen Code, den ihr dann eben auch wieder eingebt, den habt ihr auf eurem Handy per SMS erhalten und damit könnt ihr dann quasi eure Telefonnummer bestätigen und verifizieren. Dann legt ihr und bestätigt ihr nochmal eine PIN-Nummer fest, die ihr euch selber ausdenkt und damit habt ihr eigentlich schon euer Profil erstellt. Jetzt geht es darum, dass man eure persönlichen Daten hat und dazu zählen dann eben Name, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum und so weiter. Wir gucken uns das Ganze hier einmal an. Also als erstes die E-Mail-Adresse, die sollte auch eine sein, die ihr auch wirklich verwendet, denn ihr müsst danach das Ganze nochmal bestätigen anhand eines Verifizierungslinks, den ihr per Mail bekommt. Dann gebt ihr einmal euer Geburtsdatum ein, eure Adresse und dann habt ihr es eigentlich auch schon. Wenn ihr das erledigt habt, wird er euch gleich nochmal fragen nach Dingen wie, aus welcher Nationalität ihr kommt. Er wird euch fragen, wo ihr steuerpflichtig seid und da ist wichtig, dass ihr eben, wenn ihr nicht aus den USA kommt, ihr seht gerade, ich habe es hier selber. Erstmal nicht angeklickt, ihr müsst bestätigen, dass ihr keine US-Person seid. Ja, dann geht es auch schon aufs Auszahlungskonto, das überspringe ich mal kurz und damit habt ihr eigentlich die Bürokratie geschafft. Damit ihr das Ganze jetzt wirklich vernünftig verifizieren könnt, zeige ich euch hier einen kurzen Ausschnitt. Habe ich denn eben eine Video-Verifizierung gemacht, da ist dann jemand, der mit euch spricht und wenn ihr das erledigt habt, habt ihr eigentlich den Löwenanteil erledigt und könnt starten. Danach müsst ihr noch auswählen, welche Art von, ja, Kenntnissen ihr bereits habt, zum Beispiel im Aktienbereich und, und, und. Und wenn ihr das angegeben habt, hat quasi das System eure, ja, Reife eingeschätzt. Es weiß also, wie gut oder wie erfahren ihr seid und dementsprechend seid ihr dann für eigentlich viele Dinge freigeschaltet. Und dann seht ihr schon, habe ich euch jetzt hier mal ein Screenshot rausgesucht. Wenn ihr das gemacht habt, öffnet sich diese Oberfläche auch in der App und dann könnt ihr eigentlich schon loslegen. Ja, ich hoffe, das kleine, aber feine Tutorial hat euch zumindest so ein bisschen gezeigt, wie schnell und einfach das Ganze geht. Wenn ihr dazu Fragen habt, kommt doch sehr, sehr gerne in unsere Telegram-Gruppe. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Und ansonsten will ich euch noch einmal zeigen, wie es denn in der App ausschaut. Ich kann euch das jetzt schwierig real life zeigen, aber ihr seht hier jetzt drei Abbildungen. Die erste Abbildung links ist quasi der Startbildschirm. Danach könnt ihr auf die Suchfunktion gehen. Die seht ihr jetzt unten da, wo das Euro steht. Da seht ihr so eine ganz leichte Lupe durchschimmern. Wenn ihr darauf klickt, könnt ihr eben eure Aktien auswählen. Ihr seht schon oben typisches Suchverfahren. Ihr gebt dann eben TES ein, wenn ihr Tesla sucht. Habt die Aktie gefunden und könnt dann eigentlich mit dem dritten Klick schon bereits die Aktie kaufen. Ihr seht dann die Kosten bzw. was eben der aktuelle Marktpreis ist für die Aktie. Könnt das auswählen und dann eben die Order setzen. Also es ist wirklich kinderleicht. Und von daher denke ich, wird sich da wenig an Fragen auftun. Falls ich mich irren sollte, kommt wie gesagt in die Telegram-Gruppe. Ansonsten war es das jetzt an dieser Stelle. Wenn ihr mehr davon wollt, schreibt es mir gerne. Ich wünsche euch jetzt einen wundervollen Tag und bis bald. Ciao! 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 Ciao!